Das, was wirklich erschreckend war, ist, wie stark man Leute oder Fähigkeiten innerhalb von drei Tagen verändern kann. Schnellstmöglich auf einem höchstmöglichen Level ins Tun zu kommen und Ergebnisse zu erzielen. Der Weg ist das Ziel, das Tun ist das Entscheidende. Und wenn ich Spaß an der Herausforderung habe, wenn ich Spaß an dem Prozess habe, dann erreiche ich das Ziel sowieso. Und Evolution Podcast, die nächste Folge. Heute wollen wir so ein bisschen Rückblick halten auf die letzten 14 Tage. Zwei Bootcamps, die wir gehabt haben. Einmal Einkauf mit System und in der letzten Woche das Thema Multiplikatoren, Direktmarketing, Bootcamp und was du ja auch maßgeblich geleitet hast, lieber Leon. Zumindest eins davon. Endlich mal wieder da. Wo warst du denn eigentlich so lange? Ich habe mir eine kleine Auszeit geguckt. Ich habe mir eine kleine Auszeit geguckt. Ja, erzähl doch mal so deine Eindrücke, die du hattest. Die erste Frage ist ja, erst mal wissen die Leute eigentlich, warum wir die Bootcamps machen oder was es damit auf sich hat? Gute Frage. Warum machen wir sie? Genau, warum machen wir die? Soll ich einfach mal erklären? Ja, klar. Okay, also, was für uns ein ganz, ganz wichtiger Teil ist und auch einer unserer Hauptziele, die wir mit der Arbeit verfolgen, ist ja, unsere Kunden ins Handeln zu bringen. Ja, und wir haben zusätzlich zu unseren Beratungs- und Coaching-Programmen Bootcamps mit ins Programm aufgenommen. Bootcamp bedeutet, dass die Leute die Möglichkeit haben, zu spezifischen Themen, also auch bewusst die Betonung zu spezifischen Themen, zu uns ins Büro zu kommen, wo wir ein ganz klares Programm zusammengestellt haben, was das Ziel hat, die Leute in Handeln zu bringen, also in die Praxis wirklich zu simulieren, zu üben, zu trainieren oder sogar wirklich auszuführen. Beispielsweise Multiplikatorenaufbau, dass wir live die Leute hier trainiert haben vor Ort auf das Thema Einwandbehandlung, Telefonleitfäden, wie führe ich überhaupt ein richtiges Gespräch, Tonalität, Energie am Telefon, Prozess dahinter und sind sogar so weit gegangen, dass wir mit den Leuten hier live telefoniert haben und extrem krasse Erfolge generieren konnten. Genau, und das ist eine Sache, die wir regelmäßig machen, mehrmals im Quartal zu verschiedenen Themen. Okay, man muss vielleicht ergänzend noch eine Sache hinzufügen und zwar, dass es halt tatsächlich aus meiner Erfahrung jetzt aus den vielen Jahren Coaching, wie du es ja gerade gesagt hast, in die Umsetzung kommen, eins der größten Probleme ist. Und ich sage mal, das ist auch teilweise verständlich. Also wenn jetzt jemand nicht super trainiert ist, nicht super weiß, wie Zeitmanagement, wie das alles funktioniert, dann ist ja der Alltag eines Selbstständigen, ist ja viel zu tun. So, und das heißt, viele flitschen da einfach weg und kommen einfach durcheinander und kriegen das dann. Und das ist auch eine Erfahrung, dass viele eben so reines Online-Coaching dann irgendwie mal starten. Gut gestartet, aber schlecht durchgezogen. Und dann kommt halt auch Unzufriedenheit auf. Und unser System baut halt eben darauf auf, dass wir das maximal supporten, unterstützen, dass wir halt wirklich sehr, sehr viel mitnehmen und sehr viel rausholen. Und das ist uns halt einfach sehr, sehr wichtig, weil wir wollen halt nicht einfach nur irgendwas verkaufen und am Ende haben wir Geld verdient, aber die Leute haben keinen Mehrwert, weil sie es nicht umgesetzt bekommen. Und da sind wir ja wirklich sehr, sehr stark hinterher. Ja. Was waren denn jetzt deine Erfahrungen von der letzten Woche? Also drei Tage Bootcamp, Multiplikatoren und Direktmarketing. Was, so, wenn du mal hinschaust, was war da so deine Erfahrung? Also die, das, was wirklich erschreckend war, ist, wie, also wie krass oder wie stark man Leute oder Fähigkeiten innerhalb von drei Tagen verändern kann oder aufbauen kann, besser gesagt. Also wenn die Bereitschaft da ist und man auch in der Lage oder bereit dazu ist, sich seinen Ängsten zu stellen oder aus der Komfortzone rauszukommen, dann kann man in drei Tagen echt viel bewirken. Das ist mal ein Punkt, der mir sehr klar geworden ist. Punkt Nummer zwei ist, dass der Ursprung für Ergebnisse einfach das Tun ist, weil natürlich wird man in drei Tagen nicht zum besten Vertriebler der Welt. Das ist klar, das ist klar. Dafür ist einfach zu wenig Zeit. Aber das heißt nicht, dass man keine Ergebnisse generieren kann. Und nur mal eine Zahl zu nennen. Denn wir waren, wir haben mit zehn Leuten hier, also die Bootcamps halten wir bewusst immer sehr, sehr klein, damit wir uns auch auf jeden Einzelnen wirklich konzentrieren können. Eine Gruppe von zehn Leuten, von den zehn oder insgesamt wurden mit den zehn Leuten in zweieinhalb Stunden Telefoniezeit auf Multiplikatoren 25 fixierte Termine abgeschlossen mit Zielgruppenbesitzern, wie zum Beispiel Bestatter, Nachlassverwalter, Erbrechler etc. Okay, die Ergebnisse sind ja das eine. Also was mir aufgefallen ist, was ich sehr, sehr stark fand, war, wir hatten zum Beispiel eine Person, die komplett Quereinsteiger war, komplett keine Ahnung hatte. Also im Prinzip wirklich nicht weiß und wusste im Detail, was da läuft. Natürlich Vorbereitungen gemacht hat und so weiter. Und diese Person hatte so ein bisschen Sorge, dass sie da so richtig reinkommt. Und bereits nach dem ersten Tag hat sie gesagt, dass sie sich super wohl fühlt. Das war für mich eine sehr, sehr schöne Sache. Und diese Person hat richtig abgeliefert. Ja, weil wir haben ja noch den zweiten Teil gemacht. Also einmal Multiplikatoren, dann Direktmarketing und die Person hat richtig abgeliefert. Und was auch sehr, sehr cool war, dass die Person halt wirklich sehr, sehr krasses Learning hatte, wie sie das macht und dadurch wirklich auch ganz klar gesagt hat, dass sie weiß, so jetzt im Alltag kann ich das umsetzen. Ja. Ein anderes Beispiel war eine Person, die am zweiten Tag gesagt hat, hätte ich das vorher gewusst, was ich hier machen muss, im Detail, dann wäre ich gar nicht gekommen. Ja. Und das war auch wieder interessant, dass halt natürlich für viele so diese Betrachtung darauf ist, was muss ich in so einem Seminar eigentlich tun? Und wenn es dann darum geht, wirklich Dinge umzusetzen, dass halt tatsächlich da große Scheu, so will ich es mal ausdrücken, und Ängste einfach da sind. Und die Person war so begeistert, ja, das war der, das war oberkrasses Learning. Und sie hätte niemals für möglich gehalten, dass sie das wirklich macht und auch ihre Sichtweise darauf geändert hat. Ja. Und das auch noch cool fand im Nachgang. Also man muss dazu sagen, das ist auf jeden Fall nur für Leute, die auch bereit sind, in der Komfortzone oder aus der Komfortzone rauszukommen, weil keiner hatte die Wahl, sich dagegen zu wehren. Alle haben mitgemacht. Alle haben mitgemacht und das hätten wir auch nicht anders zugelassen, weil da lassen wir auch nur Leute zu, die mitmachen wollen. Ich würde es auch gar nicht Seminar, weil du hast gerade das Wort Seminar benutzt, ich finde, das ist gar nicht passend für das, was wir da gemacht haben, weil unter Seminar stellen sich dann die Leute so vor, einer steht vorne, hält einen Vortrag und die anderen kriegen halt die ganze Zeit Input und nehmen dann das mit, was sie mitnehmen können und wenn nicht, dann nicht. So ist es ja nicht gewesen. Es ist ja wirklich ein Live Doing. Also wir haben es ja wirklich trainiert, gedrillt, ja, sind dann in die Praxis gegangen, haben Anrufe gemacht, haben die Anrufe oder zumindest das Geschehen, was da passiert ist, rückwirkend analysiert, darüber gesprochen etc. Also das war schon krass, war schon intensiv auf jeden Fall. Und was auch interessant war, dass wir halt, wie du es gerade schon gesagt hast, in dem Moment, wo jetzt irgendwo ein Hindernis war während des Telefonats, sofort danach sind wir die Aktion durchgegangen und haben das korrigiert, dass die Person danach also wieder entsprechend, also gar nicht irgendwo in ein Loch reingefallen ist oder irgendwas nicht geklappt hat. Und was ich auch sehr geil fand, war, dass das Thema Einwände und Vorwände von eben den Angerufenen auch derart gut trainiert wurden, dass einheitlich die Leute gesagt haben, es ist gar nichts gekommen. Und es ist ja deshalb nichts gekommen, weil sie darauf vorbereitet waren, weil sie nicht mehr die Scheu und nicht mehr die Angst hatten. So, was könnte da kommen? Also, okay, ich bin jetzt ready, ja, ich kann damit umgehen. Und am Ende des Tages kam gar nichts. Das war halt auch ein sehr cooles Ereignis. Definitiv. Mal abgesehen davon, dass natürlich die Stimmung grandios war, also die Leute waren wirklich hochmotiviert, hatten Bock gehabt, haben voll mitgezogen und es war einfach wirklich spannend, ja. Es war ein spannender Prozess, eine spannende Reise für jeden Einzelnen. Also, es fand ich schon sehr, sehr cool. Also, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Für mich war es ja noch mal was anderes, ja, weil ich jetzt, sagen wir mal, dieses Mal gar nicht so viel machen musste, weil du ja mit deinem Mitarbeiter gemeinsam, der dir assistiert hat, sehr, sehr viel gemacht hast, gerade was über Leitfäden, Vorgehensweise, Einwände, Vorwände etc. Ja. Und ich konnte das ja so ein bisschen von außen beobachten und das war einfach toll. Das war einfach total schön. Man hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen, wie auch der Einzelne sich entwickelt hat. Also, wir hatten ja einen dabei, der war so, sagen wir mal, sehr ernst die ganze Zeit, ne? Der war sehr, sehr ernst. Und irgendwie so, habe ich Bock, habe ich keinen Bock, ne? Also, habe ich Bock. Den Leuten auch den Spaß in der Sache zu zeigen, ne? Weil ich mache da immer gerne so das Beispiel, ich meine, wenn wir jetzt uns mal anschauen, wie viele Leute kennt man, die im Fitnessstudio irgendwo angemeldet sind. Ähm, aber wenn man jetzt mal hinterfragt, okay, warum sind die Leute im Fitnessstudio angemeldet? Dann sind halt die meisten, und ich würde schon wirklich sagen, eigentlich 99,9 Prozent sind im Fitnessstudio angemeldet, weil sie einen besseren Körper haben wollen. Aber vielleicht nur der, also wirklich die absolute Minderheit sind im Gym angemeldet, weil sie Spaß am Training haben. So, aber wer hat denn jetzt den besseren Körper? Na klar, der, der trainiert, ja. Der, der das trainieren mag, weil der muss nicht darüber nachdenken, gehe ich jetzt ins Gym oder nicht, weil ich habe ja Spaß daran. Naja, es ist ja auch, es ist ja auch so. Warte ganz kurz, um den Punkt zu Ende zu bringen. Für mich ist eine Sache immer sehr, sehr wichtig, wenn wir sowas machen, den Leuten auch den Spaß darin zu bringen. Ja. Ja, weil es ist ein Game, es ist ein Spiel. Und wenn man den Spaß darin nicht findet, dann ist es halt auch schwer, immer wieder die Disziplin aufzubringen. Mache ich das jetzt, mache ich nichts. Nicht. Deswegen ist halt in der Ursächlichkeit wichtig, den Leuten beizubringen, warum das Ganze auch Bock macht. Absolut, weil die würden es ja sonst, wie du es richtig gesagt hast, nicht beibehalten. Ja, weil der Weg ist das Ziel. Also der Weg ist das Ziel. Das Tun ist das Entscheidende. Und wenn ich Spaß an der Herausforderung habe, wenn ich Spaß an dem Prozess habe, dann erreiche ich das Ziel sowieso. Ja, wir gehen schon gerne ins Fitnessstudio am Ende des Tages, wenn er da keinen Bock drauf hat. So, und wenn er da Spaß dran hat, wie du es richtig gesagt hast, dann bin ich auch bereit, an mir zu arbeiten, meine Muskeln zu entwickeln. Dann gehe ich gerne zum Training. Genau, das ist der Punkt. Und das ist ja, wenn du so willst, der tiefere Sinn der ganzen Sache, dass man die Fähigkeit entwickelt, es zu können. Und wenn man etwas kann, dann macht es auch Spaß. Weil man hat ja keine Angst mehr vor irgendwas. Was könnte jetzt einer sagen? Komme ich da drauf klar? Oder geht es mir da schlecht bei? Oder was auch immer. Also das war schon sehr, sehr cool. Und wir haben natürlich dann auch noch Fußball geguckt, dann natürlich auch am Ende, was natürlich jetzt nicht so cool war. Das war dann nicht so die wirklich beste Erfahrung. Genau, das war dann jetzt nicht so geil. Aber nichtsdestotrotz, wir waren ja sehr lange auch, muss man sagen. Also das heißt, das hat ja morgens um 10 angefangen. Wir waren bis abends 9 Uhr, so roundabout, bis abends 9 Uhr durchgezogen. Wir haben Abend gegessen gemeinsam. Wir hatten Innenpausenzeit. Die Leute haben sich connectet. Die haben sich unterhalten. Sie haben sich ausgetauscht. Also es war auch viel Raum da, um so alle Dinge zu beleuchten und darauf einzugehen. Und wir haben wirklich auf alles geachtet, was man braucht, um jetzt im Alltag sozusagen das zu integrieren und mitzunehmen. Und jeder und alle haben gesagt, hey geil, das war genau das Ding. Das war genau das, was ich gebraucht habe, um das letztendlich in der Praxis anzuwenden. Absolut richtig, ja. Genau. Und die Woche davor, da warst du jetzt nicht dabei. Da war das mein Part. Da war es natürlich genauso, beim Einkauf auch, wo das Gleiche halt wieder stattfindet. Und da ist mir aufgefallen, es ist gar nicht das Gespräch an sich, also der Leitfaden oder wie der Kunde reagiert, sondern es geht vielmehr darum, wie viel Sicherheit habe ich selber in der Kommunikation? Also wie gut kann ich mit anderen Menschen kommunizieren? Und da war so eine Sache, da ging es dann auch um Einwände beim Einkauf, Alleinauftrag und Kaufpreis und so weiter. Mal so die, ich würde es mal so ausdrücken, das ist beim anderen Thema natürlich genauso, diese, was macht die Aussage des zukünftigen Kunden oder des Interessenten, was macht die eigentlich mit mir? Triggert die mich? Zieht die mich runter? Macht die mich so ein bisschen durcheinander? Und da ist der große Ansatzpunkt, was ich jedem da draußen nur sagen kann, da ist der Punkt. Weil wenn du dich von dem Wunschpreis des Verkäufers triggern lässt, in welcher Form auch immer, dann bist du schon mit einem Bein wieder im Misthaufen. Dann fängst du an zu argumentieren, Ping-Pong zu spielen. Genau, Q&A und bla 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 und hin und her. Und das ist das Ding. Und das haben wir den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes ausgetrieben. Das ist auch wirklich ausgetrieben oder anders formuliert beigebracht. Und das Coole da war, dass ich dann, weil da können wir jetzt natürlich keine Verkäufer einladen, das ist halt leider, müssen wir halt ein bisschen wirklich Training machen, Simulation machen. Aber das Coole war, dass es danach bei den Teilnehmern Alleinaufträge gehagelt hat. Also das heißt, ich kriege ja dann die Nachrichten, ja und ich habe schon umgesetzt, ich habe mal einen Alleinauftrag gemacht, habe dann wieder einen Alleinauftrag gemacht. Also wir waren Dienstag, Mittwoch, und dann hatten sie Donnerstag, Freitag Zeit und dann kam sofort Erfolgsmeldung. Wobei wir da auch die Erkenntnis hatten, das wird in der Zukunft auch drei Tage sein. Nicht zwei Tage, sondern drei Tage das Seminar. Und das werden wir auch auf jeden Fall machen. Also soll eigentlich heißen, es funktioniert. Und es ist die ideale Ergänzung, also praktisch die Theorie und die praktischen Hintergründe, die Grundregeln, die Anwendung zu lernen, durch unsere Outstanding-Coolen-Videos. Es ist am Ende, ich sehe es wie so eine Art Turbolader. Es ist wie so ein Turbolader, nochmal zusätzlich zu dem, was wir eh schon machen, um einfach schnellstmöglich auf einem höchstmöglichen Level ins Tun zu kommen und Ergebnisse zu erzielen. Genau. That's it. Genau so ist es. Erzählt ihr doch mal da draußen, vielleicht schreibt ihr es in die Kommentare rein, was ist denn eure Erfahrung mit Training, mit Coaching, mit Seminaren? Welche Fragen habt ihr vielleicht auch, damit wir die mal demnächst mal aufgreifen können in einem Podcast? Wir sind also überzeugt davon, dass das Thema, genauso wie wir es jetzt machen, wir heben das Thema Coaching auf ein neues Level, weil die Kombination, wie wir es machen, bestehend eben aus Theorie, Praxis, aber auch die Live-Calls, wo viel gute Q&A gemacht werden kann. Und auch, dass wir greifbar sind, dass die Leute zu uns in unser Büro kommen können, unser Team kennenlernen können, von unseren Führungskräften, natürlich aber auch von dir persönlich trainiert zu werden in den einzelnen Bereichen. Das ist eine einzigartige Sache und das wird so ein Faktor sein, auf den wir uns in Zukunft mehr fokussieren wollen, weil das funktioniert eben. Das funktioniert. Genau. Und falls Kunden von uns zugucken, können ja auch mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht guckt ja der eine oder andere, nicht nur vielleicht, wahrscheinlich sogar, der auf den Bootcamps war. Schreibt einfach in die Kommentare rein und ja, wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg bei eurem Business und bei der Umsetzung.